Und weiter geht's hier mit uns. Ganz herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen heute zur Brisanz-Sendung. Heute unter anderem bei uns mit Tom Hengs und einem alten Auto, eine große Liebe ist das, dem neuen Politik-Superstar und Flugärger in Hamburg. Alles das später dann bei uns. Aber erst einmal das großes Thema. Wie gefährlich ist die Gruppierung der sogenannten Reichsbürger, unter denen es auch Rechtsextreme geben soll. In der Szene hat es jetzt deutschlandweit Razzien gegeben und möglich, dass so auch Anschlagspläne vereitelt wurden. Wer sind diese Reichsbürger und was wollen sie? Seit einiger Zeit stehen sie im Visier der Verfassungsschützer. Wer sind die sogenannten Reichsbürger? Was wollen sie und was macht sie so gefährlich? Wir haben auf unserer Brisantseite zum Thema noch einige Informationen für Sie zusammengestellt. In Reisebussen gilt heute ja Anschnallpflicht aus Sicherheitsgründen. In Linienbussen ist das bislang noch nicht so. Jetzt hat es mit so einem Bus mal wieder einen schweren Unfall gegeben. Und was die Sache noch dramatischer macht, es saßen viele Kinder darin. Es gibt einige Verletzte und wenn man die Bilder sieht, dann ahnt man, das hätte noch ganz anders ausgehen können. Aber Sie merken, wie vornehm man vor Gericht auch über ein so delikates Thema reden kann. Sein Gesicht geht heute durch fast jede Nachrichtensendung und gefühlt kennen wir ihn ja alle. Martin Schulz, der neue Star in der SPD und der neue Kanzlerkandidat. Nachdem Sigmar Gabriel gestern ja verkündet hat, er wolle den Job nicht machen, freut sich Martin Schulz. Und nicht nur er, auch seine Familie und Freunde sind jetzt heiß begehrt. Alle wollen nämlich mehr erfahren über den Schulabbrecher, der jetzt der neue Supermann der SPD werden soll. Ja, was ist er denn nun für einer dieser Martin Schulz? Wir stellen ihn mal vor. Wir haben ja gehört, ein bisschen Berti Vogts steckt's wohl in ihm. Wir haben die Sendung ja begonnen heute mit den sogenannten Reichsbürgern. Und auch in einem anderen Fall ging es heute um einen Mann, der die Gerichte und den Staat, ähnlich wie die sogenannten Reichsbürger, ablehnt, der sich aber jetzt vor einem Gericht wegen einer Straftat verantworten muss. Der Fall wurde auch deshalb bekannt, weil die Frau, deren Tod verhandelt wird, durch eine Castingshow im Fernsehen bekannt geworden ist. Und da hatte sie gehofft, die große Liebe zu finden. Am Ende traf sie aber wohl den falschen Mann. Und in England sind wir jetzt auch gleich nochmal. Viele kleine Mädchen wollen ja gern Prinzessin werden. Und wie toll ist es, wenn man auch noch wirklich eine trifft. Das ist einem kleinen Mädchen in der Grafschaft Norfolk passiert. Es hat ein Bild für die Herzogin Kate gemalt. Und jetzt meldet sich eine Tochter zu Wort. Paris Jackson ist die Tochter des berühmten Michael Jackson. Ein Mädchen, über das seit es auf der Welt immer wieder geschrieben und berichtet wurde, ohne dass man viel über Paris eigentlich wusste. Jetzt hat sie ihr erstes Interview seit vielen Jahren gegeben. Und da geht sie scharf gegen Gerüchte vor und spricht auch über den Tod des berühmten Vaters. Und sie erhebt schwere Anschuldigungen. Ein Interview, das auf der ganzen Welt viel Aufmerksamkeit bekommt. Denn Paris ist jetzt 18 Jahre alt und sie hat lange öffentlich nichts preisgegeben. Jetzt kommt Superstar Tom Hanks. Was könnte über diesem Foto hier wohl stehen? Vielleicht gibt es zu diesem Foto eine ganz hübsche Geschichte. Tom Hanks ist nämlich ganz verschossen in diesen kleinen Fiat. Und da hätte die Sache auch vorbei sein können. Tom Hanks und sein Auto werden glücklich, bis einer rostet. Aber Tom Hanks hat tolle Fans und die wollten da auch ganz gern noch was beisteuern. Müssen wir uns sorgen. Auch Playboys werden älter. Und um einen muss man sich möglicherweise tatsächlich Gedanken machen. Das war Thema gestern Abend in Berlin beim Kulturpreis. Andere werden älter, sie irgendwie nicht. Wer hätte das gedacht? Heute ist es schon eine Schlagzeile, wenn ein großer Star von sich sagt, dass er nicht mehr twittert. Sänger Ed Sheeran hat das verkündet und sogar sein Telefon weggeworfen, weil er sagt, das ist inzwischen einfach alles zu viel. Musikalisch ist er gerade der große Überflieger. Mehr als 100 Platin-Schallplatten, aktuell mit zwei Songs in den Charts. Und klar, man erkennt sowas sofort. Im Interview mit uns war er super gelaunt, aber auch sehr mude. Der Mann ist gerade ganz viel unterwegs, weiß manchmal nicht mehr, wo sein Koffer steht. Auch darüber haben wir geredet und über die Noten, die er angeblich geklaut haben soll und was er zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Jetzt kommt er. So, das waren die Uhrwürmer für heute Abend. Was Hübsches haben wir noch. Man kann ja auch mal richtig Glück haben. In den USA, da hat ein Mann von seiner Mutter ein Los geschenkt bekommen und Mama ahnte sicherlich nicht, was da rauskommt. Ihr Sohn ist jetzt nämlich Millionär. Vielen Dank Mama. Und beide haben wir morgen bei uns in der Sendung. Können Sie sich schon mal drauf freuen? Von uns jetzt einen wunderbaren, glücklichen Abend und weiter geht's mit gefragt gejagt. Da halten wir natürlich ebenfalls die Auf Wiedersehen. Tschüss.